Liebe Leute, der Wex hier und willkommen zu einem Live-Kommentary von MB3. Wir spielen dann frei für alle auf dem R-Blockdown und ich werde nur snipen, denn ich habe gestern eine richtig gute Sniper-Runde hingelegt mit der MSR und hat saumäßig Spaß gemacht, also werde ich das jetzt mal live probieren. So, ihr hört es vielleicht, ich bin leicht erkältet. Das wird auch eines der wenigen Videos sein, die ich jetzt aufnehmen werde. Also MSR, da haben wir sie schon. Mal schauen, was ich mit der so hinlege, live. Ich benutze auch in einem neuen Aufnahme-Codec, vielleicht läuft damit die Aufnahme auch flüssiger. Schön aufpassen, nicht, dass von hinten jemand kommt. Achso, ich gehitmarkt, natürlich. Scheiße. So, wer hast du denn? Gestern habe ich ziemlich oft eine North-Code getroffen, also ich stelle mich gerade einfach nur schlecht an. Hä? Irgendwie... Ne, der Rost ist auf jeden Fall kein Problem. Na, fängt doch gut an. Ach man, das hätte ein Tribble sein können. Naja. Ja, man. Ich liebe diese MSR. Sie ist einfach die neue Intervention. Ja. Und ich finde das Quickscope hier extrem geil. Komisch, ich höre gar keinen. Oh-oh. Fuck it. Egal. Immerhin Zweiter. Ich werde das noch ausweiten auf Platz 1. Das sage ich euch. Oh Gott, Alter. Ernsthaft? Jason the Fur... Äh, the 13th. 13th. Ich bin mir sicher, dass da irgendwie einer kommen wird. Mein Herz hat lügt mich nicht an. Aber ich glaube, da laufen einige mit Stalker rum. Jetzt haben wir in dem Gebäude geht doch eigentlich das Meiste ab. Jetzt ist es blöd... Äh, und jetzt ist es plötzlich Tote Hose oder was? Es wäre so sick gewesen, hätte ich den da durch die Wand getroffen. Also ich würde das snipen, ist nach wie vor extrem einfach. Also das Quickscope, ne? Das ist in diesem Teil sogar am leichtesten, ne? Da hatte ich es in MW2 um einige schwieriger. Na, fuck. Egal, wir sind erst da. Müssen ja nicht die Mörderstats sein. Ich meine, ich mache das hier gerade alles live. Sie sollten nur gut sein. Und, ja, ansehbar halt. So, wunderbar. Dann hätte er sein können. Die hocken ja da rum. Ja, da... Fuck it! Lol! Alter, ich habe ihm so lange Zeit gelassen. Das ist das Gute an den ganzen COD-Spielen. Die sprayen einfach nur runter. Und am Ende sehen sie eben, dass es nichts bringt. Weil andere schneller sind als hier. Ich hätte gestern sogar fast eine MOAB mit der MSR geschafft. Ach genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ihr müsst eventuell ein bisschen warten, ne? Auf diesen Road to MOAB, auf den nächsten Pfad. Denn ich bin ja gerade krank. Und deshalb will ich gar nicht aufnehmen. Was war das denn? Das war voll der dumme Move von mir, egal. Ähm, ja, deshalb will ich gerade gar nichts aufnehmen. Ja. Und das ist eben doch extrem schwer für mich. In der mit reinen MOAB zu schaffen. Also lasst mir einfach ein bisschen Zeit mit den Uploads. Fuck, und mein Mikro kippt gerade um. Das ist gar nicht cool. Ich werde jetzt einfach meinen Arm nicht mehr bewegen, ja? Weil sonst kippt der Mikrofonständer um. Das ist so ein richtig beschissener Mikrofonständer wirklich. Äh, Moment. Komm, komm, jawohl. Wunderbar. Wieder hingekriegt. Das ist richtig nervig. Das ist so ein scheiß edendes Teil. Das bei jeder falschen Gewichtsverlagerung direkt umfällt. Warum schaffe ich keinen Noroskop? Ich verstehe es nicht. Aber gut, ihr seht schon, Snipen ist extrem simpel. Horst und 666. Wirklich, den Tücken kann ich nicht ernst nehmen. Weil Horst und 666 passen irgendwie nicht zusammen. Ja, geht doch. Zwar nicht gesniped, aber egal. Komm. Ich weiß nicht, ob du es willst. D-d-d-double kill. Wunderbar. Ja, hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, den habe ich noch 100 pro getroffen. Ja, fuck, da hat es jetzt ein bisschen gehakt. Egal. Wir liegen hier aber noch vorne mit zwar nur einem Kill, aber das kann ich gleich ändern. Und zwar Fu. Äh. Ja, klasse. Das ist immer, wirklich, ich reg mich immer auf, wenn ich von irgendeinem Sprayer gekillt werde. Was soll man machen? Ich meine, jedem ist was, ist, ja, jeder kann spielen, was er will. Ich möchte halt von einem Sprayer gekillt werden, das ist meine Schuld. Weil ich jetzt leipen musste. Ey, sowas kann ich aber nicht verstehen. Wo soll ich den denn hinschießen, wenn du da stirbst? Ja, der Horst. Wirklich. Gut, dass das bis 30 geht. Beste Flash ever. Achso, ja. Diese göttlichen Hitmarker, die immer am falschen Platz auftreten, zur falschen Zeit. Ja, ist klar, ne. Ich find's cool, wie der Schuss, äh, wie der Sound beim Revolver total hinterherhängt. Ja, blöd, wenn man keine Ahnung hat, ne. Ja, wenn ich halt nur Zweiter, egal. Den hab ich aber grad gehört. Erwischt. Failed. Oh, nein. Dritter, das sieht gar nicht gut aus. Ich will mindestens Zweiter werden. Ein netter Granatenwurf, aber leider fail. Ey, du bist doch so ein Lauchkind, weißt du das? Ich will sowas spielen, noch recht ein Opfer. Alter, ernsthaft? Jetzt müssen sie alle scheiße, anfangen scheiße zusammen zu spielen, oder was? Wollt ihr so sehr erster werden? Egal, bin ich halt Dritter. Ah, naja. Schaut sich einer die Gegner an. Der Horst, du bist scheiße. Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht erster geworden bin. Und es war einfach ein bisschen Snipe-Action dabei. Ich hab noch ein, ähm, normales Gameplay, nicht live. 30, 10 Stunden, glaub ich, mit der Sniper. Falls ihr das sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.